Mein Name ist Lissi und ich arbeite bei der MTU in der IT als Release-Train-Engineer. Ich arbeite in der Abteilung, die das Product Lifecycle Management und CAD-System betreut, also das System, welches alle Daten und technischen Informationen über den gesamten Lebenszyklus unserer Triebwerke hinweg beinhaltet. Ich als Wirtschaftsinformatikerin besetze in unserem Projekt die Rolle des Release-Train-Engineers und bin hier für acht cross-funktional zusammengesetzte Scrum-Teams verantwortlich. Im Endeffekt ist es eben so, dass wenn acht Teams und so viele Projektmitglieder an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, nämlich der Ablösung des aktuellen PLM-Systems, dann ist eine übergeordnete Abstimmung, eine gute Koordination sowie ein organisiertes Umfeld wirklich ganz, ganz wichtig und hierin liegt meine Hauptaufgabe als Release-Train-Engineer. Ich stelle sicher, dass eben die einzelnen Teams ihre geplanten Fortschritte erreichen, aber dass wir dann auch als Projekt, als großes Ganzes unsere definierten Meilensteine und Ziele erreichen. Zum einen muss man natürlich sagen, dass Triebwerke ein sehr faszinierendes Produkt darstellen und praktisch gesehen fliegt jedes dritte zivile Flugzeug mit der Technologie der MTU und sitzt man da mal so in einem Flieger drin und hört auf diese gewaltigen Triebwerke herab, dann ist das schon ein großartiges Gefühl zu wissen, man arbeitet in der Firma, die dieses Produkt herstellt. Zum anderen ist es auch die Unternehmenskultur, die mir hier bei der MTU sehr, sehr gut gefällt, die mich hier total überzeugt. Das ist diese Mischung aus dieser menschlichen Offenheit und dem fachlichen Know-how, die mir hier so gut gefällt. Die Menschen sind einfach super ehrlich zueinander und es herrscht hier ein Teamgeist, den ich so noch nicht kennengelernt habe und da macht die Arbeit einfach super viel Spaß. Unser Team ist natürlich ständig am wachsen. Werft doch einfach mal einen Blick in die Jobbärse der MTU und bewerbt euch. Wir freuen uns über jede Bewerbung und glaubt mir, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß bei der MTU zu arbeiten.